Musik Ja, wir haben also ein Problem, dass sehr viele Schaulustige da mit Handys Aufnahmen machen wollen. Das finden wir natürlich sehr schade und auch unangemessen. In Abstimmung mit der Polizei versuchen wir jetzt hier die Verkehrsteilnehmer zu überzeugen, dass sie das nicht tun. Ja, also wir haben jetzt, nachdem ein gutes Zureden oft nicht hilft, mal einen C-Schlauch hergelegt und wir spritzen dann Richtung Fenster, wenn die so dreist sind, die Fenster nach unten zu machen und dann die Handys rauszuhalten und zu filmen. Wie sind die Reaktionen von den Autofahrern? Furchtbar, also ganz furchtbar. Fast jeder Drittel filmt. Sie haben es ja selber gesehen. Und die Autofahrer erschrecken dann die LKW-Fahrer? Ja, natürlich. Soll ja so sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.